Willkommen zu den KUBI News Spezial auf dem Steine Kanal. In unserem Spezial geht es heute um die Frage, wird KUBI teurer? Im vergangenen Jahr 2021 hat man bereits gemerkt, dass KUBI Produkte teurer geworden sind und die Preise sich denen von Lego angeglichen haben. Dies wurde von der KUBI Community häufig damit begründet, dass KUBI sich von Aufklebern getrennt hat und alle Sets mittlerweile ausschließlich bedruckte Teile enthalten. Von der Community wird auch honoriert, dass KUBI seine Produkte in der EU herstellen lässt. Zusätzlich dürfte die weltweit gestiegene Nachfrage an KUBI Produkten ein weiterer Grund gewesen sein, die Preise zu erhöhen. KUBI ist daher aktuell dabei, seine Fabrik zu erweitern. Um Preise einordnen zu können, verwendet man für Lego Sets meist die Faustformel 10 Euro Cent pro Stein. Dieser Preisdurchschnitt traf 2021 auch auf viele KUBI Sets zu. Sieht man sich die aktuellen Preise gegen Ende 2021 bei KUBI an und vergleicht diese mit ähnlichen Sets aus der ersten Jahreshälfte 2021, so ergaben sich bei einigen wenigen Sets Preiserhöhungen von rund 4%, bezogen auf die unverbindliche Preisempfehlung. Hier am Beispiel der Mercedes-Fahrzeuge G770 und G4 mit jeweils einer Minifigur aus der ersten Jahreshälfte. Die Fahrzeuge haben einmal 255 und einmal 280 Teile mit einem unverbindlichen Verkaufspreis von jeweils 24,99 Euro. Diese verglichen mit Fahrzeugen ähnlicher Größe und ebenfalls einer Minifigur aus der zweiten Jahreshälfte. Dem Horch 830 Cabrioli mit 243 Teilen, dem Citroën Tracion 7A mit 222 Teilen und dem Citroën Tracion 7C mit 199 Teilen. Diese Fahrzeuge haben jeweils weniger Teile und jeweils eine unverbindliche Preisempfehlung von 25,99 Euro, kostet also einen Euro mehr. Diese Preiserhöhungen fanden bereits 2021 statt. Schauen wir nun auf das Jahr 2022. Vor kurzem wurde aus Händlerkreisen bekannt, dass Lego seine Preise im Jahr 2022 teilweise bis zu 20% erhöht. Lego selbst hat bestätigt, dass es Preisanpassungen in ganz Westeuropa geben wird. Nun hat auch Kobi in einem Instagram-Beitrag bekannt gegeben, dass Kobis Hetz im Jahr 2022 teurer werden. Die Übersetzung des Beitrags lautet wie folgt. Wir bedauern euch mitteilen zu müssen, dass die aktuelle Marktsituation bezogen auf Produktionskosten, im speziellen Rohmaterialien und Energiekosten, uns dazu zwingen, die Preise anzupassen. Wir verpflichten uns, Erhöhungen auf das notwendige Minimum zu beschränken und die Preise bis Ende des Jahres auf dem aktuellen Niveau zu halten. Soweit uns bekannt ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Teil der bestehenden Kubisets von einer Preisanpassung betroffen. Hier einige Beispiele. So erhöhen sich unter anderem die Preise der Maserati-Modelle, Quattroporte oder Trofeo, um jeweils einen Euro von 13,99 Euro auf 14,99 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung. Einige Panzer, wie der Jagdpanzer 38 Hetzer, werden zukünftig statt 39,99 Euro 44,99 Euro kosten. Ein paar Flugzeuge, wie der AV-8B Harrier 2 Plus, werden von 34,99 Euro auf 39,99 Euro steigen. Prozentual am höchsten steigt das Sonderkauf Z2 Kettenkrat von 15,99 Euro auf 19,99 Euro. Es fallen aber auch einige Preise. Dies betrifft aber ausschließlich Sets aus der Action-Town-Reihe. Meine persönliche Vermutung ist, dass die Action-Town-Reihe eingestellt wird. Alle uns bekannten Sets, die sich 2022 im Preis verändern werden, könnt ihr in Ruhe auf dem Steine-Kanal-Blog nachlesen. Den Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung. Was sagt ihr zur Preiserhöhung? Diskutiert das doch mit uns in den Kommentaren. Soweit zu dem Kobi-News-Spezial, in dem mal nur ein aktuelles Thema behandelt wurde. Wenn ihr über solche Einzelthemen öfter auf dem Steine-Kanal informiert werden wollt, nutzt doch die Feedback-Funktionen von YouTube und hinterlasst einen Kommentar und gebt dem Video einen Daumen rauf. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020